Und ich denke, wir beginnen gleich mit der Präsentation. Die Folien sind auf Englisch, ich werde auf Deutsch sprechen. Ich hoffe, das passt so. Wir sind hier also an einer Fachhochschule und damit immer mit der Mission unterwegs, Unternehmen kompetitiver zu machen, Unternehmen voranzubringen zu den Themen, die hier in dieser Konferenz schon den gesamten Tag über eine Rolle gespielt haben, also Cloud-Anwendungen, Automatisierung, Containertechnologien und eben auch das Thema Logdateien. Das fällt einem meist oft erst ein, wenn man Systeme eine Weile betreibt, dass da sich mächtig viele Logs ansammeln. Und so war es eben auch in diesem Jahr so, dass wir mit verschiedenen Unternehmen zusammengesessen haben und uns überlegt haben, was kann man denn an der Stelle verbessern, verändern. Und wir haben natürlich immer eine Forschungssicht auf die Dinge. Das heißt, wir schauen so am Horizont, wo geht die Reise hin, was könnte man langfristig verändern und dann bauen wir aber auch ganz gern mal, und das ist vielleicht so dieser Open-Source-Teil von der Konferenz, bauen wir natürlich ganz gern mal kleinere Prototypen, die dann auch zeigen, dass man vielleicht besser mit diesen Logdateien umgehen kann und wo die Reise hingehen kann. Ich möchte also heute eigentlich nur drei Themen aufgrund der schränkten Zeit ansprechen. Die werden diese Zeit gut füllen. Das eine ist das Thema Geschwindigkeit. Wie können wir schneller Logs zusammensammeln und verarbeiten und vielleicht auch integrieren? Das zweite Thema ist die Komprimierung von Logdateien. Wie können wir Logdateien geschickt komprimieren, um bestimmte Eigenschaften nach wie vor bereit zu halten? Und das dritte ist das Thema vielleicht angelehnt auch an die Komprimierung. Wie können wir zukünftig weniger händisch, weniger aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, welchen Komprimierungsalgorithmus, welches Log-Tool ich verwende, sondern wie können wir einen Advisory-Service im Sinne eines Microservices einbinden in unsere Architekturen, um solche Abfragen automatisieren zu können. Beginnen wir mal mit dem ersten Thema, das Thema Log-Datenverarbeitung. Da gibt es natürlich schon viele Werkzeuge am Markt. Also warum sollte man sich da jetzt reinknien? Warum sollte man da versuchen, was besser zu machen? Es gibt natürlich so die klassischen Systeme, die ich da auch oben aufgeführt habe. Es gibt verstärkt mittlerweile Bestrebungen aus der Big-Data-Ecke. Also es gibt ja viele Big-Data-Frameworks und vielleicht könnte man diese einfach mit Log-Dateien füttern und dort seine Auswertungsprogramme reinschreiben. Und die analysieren dann die Logs und holen dann IP-Adressen raus oder versuchen bestimmte Anomalien zu detektieren. Das Ganze wird immer stärker in Richtung Streaming auch getrieben und das passt natürlich sehr gut zu Logs. Also neben Spark, was vielleicht eine bekannte Lösung ist, was auch einen Streaming-Modus hat, sind das verschiedene weitere Tours, viel aus dem Apache-Umfeld. Also Flink, Storm, Palsa sind vielleicht da bekannte Projekte. Wir haben nichtsdestotrotz ein eigenes System gebaut und das steht da auch ganz unten mit in der Liste Streamblast. Und das möchte ich natürlich an der Stelle mal vorstellen und auch vergleichen gegenüber den anderen Systemen. Warum haben wir das gemacht und was hat es denn so für Eigenschaften? Schauen wir uns mal an, wie wir die aktuellen Systeme betreiben. Also nehmen wir an, wir würden einen Log-Stash oder einen Fluentie einsetzen, oft als Teil eines gewissen Stacks. Also man würde einen Elk-Stack oder einen EFK-Stack aufsetzen, wo man die Log-Daten erstmal zusammensammelt mit dem Log-Stash beispielsweise und dann entsprechend integriert, vielleicht in einen Elasticsearch integriert. Man kann diese Systeme, um den Vergleich auch fair zu machen, allesamt direkt als Container betreiben. Das würde man wahrscheinlich in der Produktivumgebung nicht tun, weil es dann doch ein paar Prozent Performance frisst. Aber so für die ersten Versuche ist es vielleicht geeignet. Man muss eine Konfigurationsdatei schreiben. In diese Konfigurationsdatei, man sieht das da auf der rechten Seite, schreibt man, wo kommen die Daten her? Also der Input, wo gehen die Daten hin? Also der Output und was wird zwischendrin vielleicht noch an Transformationsschritten durchgeführt? Also welche Log-Felder werden extrahiert? Welche Zeitstempel werden noch normalisiert und ähnliches? Die Aufrufsemantik ist relativ ähnlich bei Log-Stash und Fluentd. Zentral ist es, eine reguläre Expression anzugeben, also einen regulären Ausdruck, der die Log-Datei beschreibt. Und ich habe jetzt da unten mal dargestellt einen solchen Ausdruck, der ist in etwa übertragbar, also relativ portable zwischen diesen Lösungen und es geht natürlich darum, dann auch alternative Lösungen zu schaffen, die sich an diese Standards halten, also die die gleichen Ausdrücke auswerten können. Wir sagen also, es gibt einen Zeitstempel, es gibt eine bestimmte Aktion, die nachher gelockt wird. Es gibt vielleicht ein paar Leerstellen, dann wird eine Gerätekennung geliefert, dann wieder ein paar Leerstellen, dann kommen vielleicht IP-Adressen und dergleichen. Das sind also recht komplexe Ausdrücke und dementsprechend hängt die Performance sehr stark davon ab, wie schnell diese Ausdrücke ausgewertet werden können, aber auch davon, wie die Lösung implementiert ist, welche Programmiersprache bis hin zu der Unterstützung mehrerer Prozessoren. Also wenn ich sage, ich möchte eine Lösung, die vielleicht noch auf einem Rechner läuft, ich möchte vielleicht nicht horizontal skalieren, denn das bringt ja wieder meist andere Probleme mit sich, sondern ich möchte das, was heutige Rechner bieten, viele Prozessoren, viel Speicher, möchte ich ausreizen. Und hier haben wir so einen Ausschnitt aus der Logdatei, die natürlich genau diesem Format entspricht, was da unten steht. Und das möchten wir auswerten. Wir möchten vielleicht eine statistische Analyse fahren, von welcher IP-Adresse oder welchem Hostnamen kommen die meisten Verbindungen, welcher Host hat die meisten SSH-Attacken gefahren. Das sind so üblicherweise die Fragestellungen, die uns beschäftigen. Hier sehen wir ein integriertes System. Wir haben also diese Stream-Ballast-Lösung gebaut, die ist ja grün markiert, zusammen mit ein paar anderen kleineren Werkzeugen außenrum, die vielleicht so das Thema Anomalie-Detektion über bestimmte Zeitfenster noch abdecken. Da möchte ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen im Vortrag. Da fehlt uns die Zeit für. Einfach die Lösung an sich. Wir haben sie direkt gekoppelt mit den Vergleichssystemen, also Log-Stash oder Fluent-D, die dann den gleichen Input bekommen, die gleichen Log-Daten und die auch in die gleichen Zielsysteme dann überführt werden, also ins Elasticsearch oder aber wir haben als Alternative noch implementiert Postgres, da es dort die Möglichkeit gibt, über Timescale-DB noch eine Zeitserie-Datenbank aufzusetzen und sehr effiziente Abfragen durchführen zu können. Es gibt weitere mögliche Ablagen für diese Daten, zum Beispiel verschlüsselte Triple-Stores, wo ich einfach nur bestimmte Kernaussagen aus jeder Logzeile, zum Beispiel wer hat mit wem kommuniziert, über welche Portnummer einfach festhalte. Das kann ich sehr effizient verschlüsseln, spaltenbasiert ablegen. Aber wenn es die reinen Logzeilen sind, die muss ich natürlich ungefiltert ablegen. Da gibt es auch schon bestimmte Compliance-Gründe, also wenn ein Cloud-Anbieter oder ein Applikationsentwickler im Banken-Versicherungsbereich unterwegs ist, und das sind bei uns natürlich viele in der Schweiz, dann ist es ihnen nicht gestattet, die Log-Dateien in irgendeiner Form zu reduzieren. Das haben wir also mal getestet. Wie läuft das Ganze? Das Ganze ist also integriert als eine Menge von Docker-Containern. Die können wir jetzt deployen auf OpenShift oder direkt als Docker-Compose-Datei. Es werden jede Menge Ports geöffnet und über diese Ports kann ich jetzt bestimmte Log-Dateien einschleusen und kann mal rechnen, wie lange das dauert. Das kann man sich also auch direkt dann herunterladen als Gesamtlösung. Wir haben das mal ausprobiert, wie lange dauert das Log, einfach nur auf Ebene Betriebssysteme hin und her zu kopieren, also mit Cat auszugeben oder in eine Pipe zu schicken. Da sind wir bei anderthalb Sekunden, bei einer Checkpoint-Datei, die etwa 5,5 Gigabyte groß ist. Wir haben dann versucht, einfach mal eine Metrik zu extrahieren, zum Beispiel einfach nur eine IP-Adresse. Also der Use-Case dafür wäre, ich möchte wissen, ob von einer bestimmten IP-Adresse aus mit einem meiner Systeme kommuniziert worden ist. Wir haben das zuerst als Shell-Skript geschrieben. Das war recht langsam, über 10 Minuten, wie man hier sehen kann. Reimplementiert als Python. War schon deutlich schneller, knappe 20 Sekunden. Und dann eben unsere Lösung Streamblast. Hat auch eine Möglichkeit, einzelne Attribute auszulesen. Ist in C geschrieben, schafft es in 1,6 Sekunden. Ist also schon sehr kompetitiv gegenüber der Baseline. Also unter die können wir sicherlich nicht kommen. Dann die Mehrfach-Daten-Extraktion, also die vollständige Auswertung mit regulären Ausdrücken, haben wir Logstash und Fluentd verglichen. Logstash war also besonders langsam, über eine Stunde. Fluentd etwa anderthalb Stunden an der Stelle. Und dann Streamblast haben wir zweimal implementiert. Einmal in C. Fluentd ist auch in C implementiert. Haben wir gedacht, das ist wieder besonders schnell. Interessanterweise haben wir dann über eine Reimplementierung in Python sogar noch Geschwindigkeitsvorteile bekommen. Mit der erzielten Durchsatzrate von ungefähr 250.000, also eine Viertelmillion Logzeilen pro Sekunde. Auf einem einzelnen Rechner waren wir dann, sowohl wir als auch vor allem natürlich die Firma, mit der wir dann zusammengearbeitet haben, zufrieden. Uns hat dann noch die Ende-zu-Ende-Performance interessiert. Also wie sieht das denn aus, wenn wir diese Daten jetzt integrieren in eine Elasticsearch oder ein Postgres-Datenbank und während die Daten per Streaming dort integriert werden, bereits eine Abfrage starten, zum Beispiel die Top 10 SSH-Hosts auf der Incoming-Schiene abzufragen. Dann liegen wir inklusive der Datenbank-Lade-Operationen und der Query-Operationen, also je nachdem, wie wir es nur anstellen, für einzelne Attribute bei ungefähr 12 Sekunden, für gemischte Attribute, also vollständige Logdateien bei etwa drei Minuten Zeit. Das ist durchaus kompetitiv. Und selbst wenn wir jetzt also Zeitfenster noch erstellen und darüber Anomalie-Detektion erfahren, also welche Hosts haben denn jeweils in den letzten 30 Sekunden besonders frequent mit uns kommuniziert, dann haben wir insgesamt immer noch eine Performance, die deutlich performanter ist, als das, was uns Fluent, die an der Stelle geliefert hätte. Es ist vielleicht also keine besonders robuste Lösung, ist ja ein Forschungsprototyp, aber an der Stelle hat er ganz klare Vorteile gebracht und die Firma setzt das jetzt auch ein, ist zufrieden. Vielleicht noch ein paar Zahlen, da möchte ich aber relativ schnell durchgehen, wieder aufgrund der Zeit. Wir haben das dann auch mal mit den Big Data Frameworks probiert, zum Beispiel Spark. Spark hat auch eine Streaming-Lösung und ist ja besonders gut geeignet, weil es CPU- und GPU-Unterstützung mit an Bord hat. Das funktioniert auch hinreichend gut, hat allerdings eine gewisse Drift. Also man kalkuliert dann immer, wie lange braucht es denn, um die Logdaten zu verarbeiten. Das sind immer die gestrichelten Linien, die man hier sieht, oder diese gepunkteten Linien. Und dann die reelle Verarbeitung, man sieht, das schiebt sich dann deutlich nach rechts. Das sind einfach Überlast-Effekte. Spark kommt an der Stelle mit dem Scheduler nicht mehr hinterher. Und auch Palsa haben wir betrachtet. Palsa ist eine neuere Lösung von Apache. Dort haben wir eine recht vernünftige Performance, dafür, dass wir noch keine Optimierung eingesetzt haben, gefunden, haben aber wenig parallelisieren können. Also wenn man das nun auf einem Prozessor betreibt oder auf zwölf Prozessoren, es wird eher teilweise noch langsamer. Das heißt, da haben wir nicht so ganz den Hardware-Vorteil ausreizen können. Vielleicht das noch so als Bild. Also man kann dann solche Zeitfenster auch grafisch sich erzeugen lassen und schauen. Also da gibt es eben bestimmte IP-Adressen, die dann besonders auffällig waren. Die sieht man dann auch sofort visuell. Also wer sich dafür interessiert, kann das natürlich dann auch von unserem Git entsprechend herunterladen. Das war so der erste Teil. Also jetzt haben wir es geschafft, die Log-Datenverarbeitung möglichst schnell voranzubringen. Aber da sind wir natürlich an dem Punkt angelangt, wo diese Log-Daten irgendwann abgelegt werden müssen. Und deswegen schauen wir uns jetzt noch alternativ oder komplementär dazu das Thema Komprimierung an. Hier ist eine wesentliche Fragestellung, wie können wir also die Daten so komprimieren, und dass wir auch nach dem Komprimierungsschritt noch irgendwas mit diesen Daten anfangen können. Also wir können die Daten natürlich irgendwie komprimieren. Wir können sie durch einen ZIP-Prozess laufen lassen, aber dann kommen am Ende nur Binärdaten raus, die wir schlecht weiterverarbeiten können. Schauen wir uns mal die Geschichte an. Das gehört vielleicht zu so einem Vortrag auch mal dazu. Ich habe da einfach mal einen Satz genommen aus einer Zeitung hier in der Schweiz. Ich habe das mal versucht zu kodieren über ganz klassische Verfahren. Und wir haben also vielleicht so etwas wie eine Mond, Hausenkodierung, das ist also keine Komprimierung. Sehen wir, das bläht die Daten auf. Liegen wir bei 354 Prozent Größe nach den Kodierungsschritten. Hafnen-Kodierungen vor ein paar Jahrzehnten eingeführt sind die ersten Kodierungen gewesen, die bestimmte Symbole in den Dateien ersetzt haben. Dadurch vielleicht keine wahnsinnigen, aber doch recht imposanten Raten erreicht haben bezüglich der Komprimierung. Also auf einen Schlag hatte man, obwohl die Struktur ja noch erhalten bleibt von den Dateien, die Hälfte etwa eingespart. Man konnte also Speicherkosten um die Hälfte reduzieren. Das ist also auch unternehmerisch schon mal ein gewisses Thema. Und dann hat sich das so etwas divergiert. Es gab einerseits diese Entwicklung zum Thema Komprimierung, die weiterhin die Verarbeitung der Daten zulässt, zum Beispiel eine Suche, ohne dass ich die Daten erst wieder dekomprimieren muss. Und die weitere Richtung war natürlich, die einfach so geringe Dateien wie möglich zu erzielen, auch auf die Gefahr hin, dass ich die Daten vielleicht nicht mehr direkt durchsuchen kann. Wenn wir uns anschauen, wer die großen Treiber waren in den letzten Jahren, das sind natürlich die großen Player im IT-Bereich. Also Google, Facebook, Huawei, alle haben ihre eigenen Tools, ihre eigenen Algorithmen entwickelt, weil die Standardkomprimierungsverfahren, die erreichen vielleicht so 6 bis 10 Prozent. Die waren da vielleicht wenig ausreichend. Das sind natürlich Skaleneffekte. Das geht sofort in die Millionen, wenn man da also ein Prozent mal einspart. Logzip von Huawei ist vielleicht besonders interessant an der Stelle, weil es direkt auf Logdateien optimiert ist. Es ist ja so, dass Logdateien gewisse Strukturen haben, die auch wenn sich das konkrete Logformat immer mal wieder ändert, die dann doch gewisse Ähnlichkeiten haben. Es ging also darum, bestimmte dieser Merkmale auszureizen, um insgesamt vielleicht 20 Prozent Minimum, teilweise sogar vielleicht knapp 100 Prozent, also fast doppelt so gut zu sein, wie die existierenden Tools. Wenn man jetzt die Durchsuchbarkeit zugrunde legt, dann sind diese Daten nach wie vor nicht durchsuchbar. Also mitunter möchte man ja vielleicht auf dem Bereich IoT, IoT Cloud Anbindung, möchte man die Daten direkt durchsuchen, vielleicht als Datenstrom, ohne dass man erst direkt eine Dekomprimierung durchführt. Dort liegen die Zahlen natürlich deutlich drunter. Also vielleicht so 30 bis 50 Prozent in dem Bereich, wie wir es bei Hafenwind-Codierung gesehen haben. Was haben wir gemacht? Wir haben differenzielle Codierungen uns angeschaut. Also wie können bestimmte Eigenschaften, die immer wieder auftauchen, zum Beispiel IP-Adressen, die in den gleichen Text eingebunden sind, wie können diese vereinheitlicht werden, mit Platzhaltern versehen werden und dementsprechend sehr effizient komprimiert werden. Wir haben ein Werkzeug geschaffen, was also diese Variablen-Parameter extrahiert und dadurch schon mal was einspart. Wir sehen das hier im Vergleich, also gegenüber einer normalen ZIP- oder GZIP-Komprimierung sind wir schon mal deutlich drunter gekommen. Also im Vergleich zu LogZIP, was ja vielleicht doppelt so gut komprimiert, sind wir sogar noch ein Stück besser gewesen. Allerdings ist das Tool natürlich, weil es so lernen muss, wie die Struktur aufgebaut ist, extrem langsam. Also wir brauchen eine wahnsinnige Zeit, um diese Komprimierung durchzuführen. Es gibt schon Anwendungsfälle, bei denen das sinnvoll ist, zum Beispiel Streaming-Daten von IoT-Geräten, wo immer nur kleinere Daten über die Zeit anfallen, wenn es dann mal ein, zwei Sekunden dauert, bis die fertig komprimiert sind, bevor sie dann weiter versandt werden, dann ist das vielleicht noch okay. Was die Suche angeht, da büßen wir eigentlich nichts ein, da sind wir ungefähr kompetitiv, wie auch ein normales Z-Trap, zum Beispiel auf einer ZIP-Kodierten Datei. Ja, das Ganze haben wir dann also noch erweitert, um verschiedene weitere Optimierungen, zum Beispiel die Zeitstempel, die ja in den Log-Dateien sind, oder weitere Angaben, IP-Adressen noch gesondert darzustellen. Das haben wir nochmal geschafft, ungefähr 30 Prozent rauszuholen. Diese beiden Prototypen sind noch nicht miteinander integriert, aber sie sind ebenfalls über unser Git zu beziehen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum dritten Punkt und letzten Punkt, also das erfordert jetzt natürlich sehr viel Know-how. Wie kann man also feststellen, welchen Komprimierungsalgorithmus ich zu welcher Zeit auch wirklich benötige? Und da ist es natürlich gut, wenn wir dieses Wissen in irgendeiner Form im System hinterlegt haben, vielleicht sogar kollaborativ, sodass also das Wissen darüber, welche Eigenschaften besonders wichtig sind, von Komprimierungswerkzeugen, Dekomprimierungswerkzeugen, Werkzeugen, die auf komprimierten Daten suchen können und Ähnliches, dass die dort zusammengefasst und zusammengetragen werden. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben uns mal alle möglichen Komprimierungswerkzeuge, die es gibt, angeschaut, geschaut, wie hängen die zusammen, wie kompatibel sind die auch bezüglich der Ein- und Ausgabedaten, bezüglich der Parameter und haben also solche Diagramme erstellt, im Prinzip als Grafen, als Knowledge Graphs hinterlegt, die Komprimierungswerkzeuge mit den dazugehörigen Algorithmen, den standardisierten Dateiformaten, wenn es entsprechende Standards gibt und auch den Suchwerkzeugen und haben das Ganze dann angereichert mit Performance-Daten, haben geschaut, wie läuft das Ganze denn auch in der Praxis und können dann natürlich diesen Graph auswerten, können Graph Mining betreiben, können schauen, wo kommen wir mit bestimmten Eigenschaften, mit bestimmten Anforderungen zur besten Lösung. Wir haben also auch entsprechende Benchmarks ausgeführt, wiederum mit Log-Dateien, die uns von der Schweizer Firma an der Stelle zur Verfügung gestellt worden sind, haben also ganz verschiedene Parameter miteinander verglichen, haben festgestellt, also wer komprimiert am besten, zum Beispiel Z-Pack an der Stelle, hat die besten Komprimierungsverhältnisse, läuft aber auch entsprechend langsam und wir kommen dann zu einem sogenannten Pareto-Dreieck, was wir hier auf der rechten oberen Ecke sehen, das ist das graue Pareto-Dreieck, da versuchen wir reinzukommen, entweder die Komprimierungsraten verbessern oder die Komprimierungszeiten verbessern und das schaffen wir nicht, also auch mit den etablierten Tools gibt es einfach eine natürliche Grenze, aber jetzt wissen wir zumindest, wo diese Grenze liegt und wenn wir dann noch die Suche vergleichen, wie lange dauert es dann darüber zu suchen, dann ist natürlich der Goldstandard Suche über die unkomprimierten Daten und dann gibt es aber auch verschiedene Komprimierungswerkzeuge, die eine sehr schnelle Suche erlauben und all diese Informationen zusammen mit verschiedenen Grenzen, die uns aufgefallen sind, zum Beispiel Zopfli von Google ist ein tolles Werkzeug, kann aber keine Dateien größer zwei Gigabyte verarbeiten, all dieses Wissen haben wir noch in diesen Knowledge Graph gepackt und das sind natürlich viele Faktoren, die man sich auch mit viel Berufserfahrung als Administrator vielleicht in so einem Unternehmen unmöglich alle merken kann und haben dann ein Werkzeug geschrieben, eine API, die man einfach abfragen kann, da liefert man seine Informationen hin, also um welche Logdatei geht es, um welche Anforderungen geht es, was möchte ich komprimieren, mit welchem Algorithmus oder habe ich vielleicht ein bestimmtes Format vor Augen, ich möchte einfach Daten in ein bestimmtes Format bringen, egal mit welchem Tool, es soll möglichst schnell sein oder die Komprimierungszeit ist mir egal, ich möchte aber auf alle Fälle das Ergebnis nach wie vor schnell suchen können, ohne dass die Dekomprimierung erst sehr lange dauert, haben also dann dieses System aufgesetzt, haben unsere Benchmark-System, welches so Referenzdaten generiert, damit verknüpft, das erzeugt also diesen Knowledge Graph und den kann man sich auch jederzeit wieder selbst generieren, vielleicht vertraut man ja als Unternehmen nicht dem Knowledge Graph, der da gerade irgendwo im Internet publiziert ist, sondern man möchte das selbst nochmal auf den eigenen Systemen reproduzieren, dann kann man das machen und am Ende wird dieser Advisory Service einfach angedockt, er liefert dann also am Ende die Informationen, die ich brauche, um die Komprimierung durchzuführen, bis hin zu direkt ausführbaren Kommandos, ich kann mir also auch direkt die Command-Line generieren lassen, die ich dann vielleicht einfach per Skript aufrufe, also ein Beispiel ist hier zu sehen, mit Curl ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, aber ist technisch machbar, um die Automatisierung auch Maximum zu bringen, ich kann also diese Optimierung an der Stelle auch automatisiert in meine Skripte reinbringen. Wir haben einen Beispiel-Service, der läuft auf Google App Engine an der Stelle, aber wie gesagt, man kann es auch selbst betreiben, wenn man diesem Online-Service nicht vertraut. Ja, das war also ein schneller Durchlauf durch drei Themen, die alle im Bereich Log-Verwaltung und Log-Datenverarbeitung auch tatsächlich in den Unternehmen, mit denen wir zumindest gesprochen haben, also alles kleine mittelständische Unternehmen, die viel im IT-Bereich unterwegs sind, vielleicht als Cloud-Provider, vielleicht als Application-Provider auf Cloud-Plattformen. Diese haben also die Anforderungen geliefert, wir machen die Forschung dazu, versuchen das Ganze natürlich als Open-Source-Prototypen in den Markt zu bringen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, das in den Firmen anzuwenden und somit auch die Pain-Points, die die Firmen haben, also die hohen Kosten, die lange Verarbeitungszeit, den hohen Speicherbedarf bei der Verarbeitung von Log-Dateien und Ähnlichem zu reduzieren. Ja, und damit bin ich auch schon durch und bin natürlich offen für Fragen auf Deutsch, auf Englisch.